Erstmal zubauen. Oh mein Gott. Ich fliege. Und ich fliege noch ein bisschen weiter. So, jetzt dreh ich. Scheiße, jetzt wo ist das Loch? Warte, warte, da kommt das Loch. Nein, ich habe das Loch verfehlt. Die Rakete ist aber hochgeflogen. Was? Durchs Loch die Rakete ist hochgeflogen. Okay, okay, warte, warte, warte. Ja, ich habe es geschafft. Oh mein Gott.